So, hallo und einen schönen Montag, ihr Lieben. Wir haben heute wieder Special Guest Sophie. Die steht übelst drauf, hier in den Videos aufzutreten. Deswegen lasse ich sie das gerne heute übernehmen. Wir haben heute wieder ein bisschen was für die Beinchen und ein bisschen was für die Ärmchen. Sprich, wieder neue Variationen von Kniebeugen, neue Variationen von Liegestützen. Wir wären nicht müde, uns dafür was für euch auszudenken. So, los geht's mit den Kniebeugen. Ihr geht erstmal runter in etwa 90 Grad. Ja, ihr kennt das schon. Dort halten. So, dann nehmt ihr mal zuerst euer rechtes Bein und tippt damit nach vorne, soweit wie es geht. Dann zurück, dann zur Seite, zur Seite und dann soweit wie möglich nach hinten. Genau, und wieder ran und wieder nach vorne, zur Seite und nach hinten. Ja, so ein bisschen wie vor, zurück, zur Seite, ran. Von damals kennt ihr das noch als Kinder. So, und dann die andere Seite. Ja, wer muss, der kann zwischendurch kurz entspannen, bevor er auf die andere Seite wechselt. Ansonsten macht er das geschlossen weiter. Und macht dann da einfach mal so, ja, das sind dann 9 bis 18 Tipps pro Bein. Und dann kurz Pause, bevor es zu den Ärmchen übergeht. So, und dafür braucht ihr heute wieder Bücher. Ich hoffe, ihr habt welche. So, ihr geht da daneben, neben den Büchern in Liegestützposition mit den Händen auf dem Boden. Ja, wer das schafft, macht richtigen Liegestütz. Dann eine Hand hoch, Liegestütz. Dann über die Bücher drüber, wieder Liegestütz mit dem anderen Arm oben runter tippen. Und wieder zurück, das gleiche Spiel. Nein, erst wieder Liegestütz. Ist auch ein bisschen koordinativ anstrengend. Genau, jetzt wieder Liegestütz. Wieder unten antippen, Arm wieder hoch, Liegestütz nicht vergessen. Nochmal drüber, einen schaffst du noch. Und wieder Liegestütz, genau. Wer möchte, kann das wieder auf den Knien machen. Für wen das jetzt hier noch ein bisschen zu anspruchsvoll ist. Macht davon 10 bis 20 Stück. Und das Ganze wieder 5 bis 10 Runden. Also geht dann wieder mit Kniebeugen weiter. Liegestütz. Viel Spaß.